In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps für Heroes of Might and Magic 3 Horn of the Abyss präsentieren. Diese Tipps sollen euch helfen, das Spiel zu meistern, geben euch einfach ein paar Hinweise, die man vor dem Spiel gerne gewusst hätte und sind einfach allgemeine Tipps und Kniffe, die ihr in eurem nächsten Playthrough nutzen könnt, um hoffentlich dann auch die höchste Schwierigkeitsstufe zu meistern, so wie ich es jetzt auch mittlerweile immer mehr schaffe und schaffen kann und vor allen Dingen eben wegen dieser Tipps, die ich euch jetzt präsentieren werde. Solltet ihr noch neu in dem Spiel sein oder generell neu auf hoher Schwierigkeitsstufe mit Horn of the Abyss, dann empfehle ich euch diese Videos unten in der Beschreibung, denn da findet ihr erstmal einen guten Start, der euch erstmal hilft generell zu verstehen, was ist die Mentalität, was sind die Ideen dahinter, um die Schwierigkeitsstufe auf unmöglich besiegen zu können, denn ihr startet da mit null Ressourcen. Wie immer würde ich mich über jede Interaktion mit euch freuen, sagt mal was eure Tipps wären, gebt mir gerne ein Like, gebt mir ein Abo und so oder so vielen Dank fürs Zuschauen. Ja und der erste Tipp ist direkt ein absoluter Klotz, denn es gibt eine Fähigkeit, die ihr unbedingt haben müsst und die man nicht einfach so erhält, wenn man vor sich hin spielt und das Spiel einfach genießt. Und zwar geht es um eine Fähigkeit, die ihr alle kennt, das ist das Stadtportal. Das Stadtportal ist in Heroes of Might and Magic 3 aber nicht einfach so zu erhalten wie bei modernen Spielen, sondern ihr müsst auf jeden Fall in eurer Stadt eine Magergilde der Stufe 4 haben. Das wären hier unten die 1, die 2, die 3 hier und die 4 hier. Und dann auf der vierten Stufe könnt ihr diesen Zauber bekommen. Das heißt, ihr könnt hier einen Slot weggeben und könnt das Stadtportal herkriegen. Ihr seht aber gerade, ich habe diese Fähigkeit in dieser Stadt nicht. Das heißt, bei mir gibt es keine Möglichkeit, diesen Zauber zu wirken. Wichtig ist gerade für Neulinge, die diesen Tipp jetzt hören, ihr wisst das halt einfach nicht, dass der wichtigste Zauber oder einer der wichtigsten Zauber sich hier verbirgt. Natürlich ist auch sowas wie Wiederbelebung extrem mächtig oder auch Kettenblitz. Aber so ein Stadtportal hilft euch halt gerade gegen die KI auf höchster Schwierigkeitsstufe, flexibel zu sein, sich konstant über die Map zu bewegen und verschiedene gefährliche Herde, sage ich mal, zu löschen, sodass ihr langfristig auch wirklich gewinnen könnt gegen die Übermacht der KI. Was ihr machen könnt, wenn ihr den Zauber nicht erhalten habt, das ist ganz einfach. Ihr müsst wiederum hier draufklicken und dann sehr viele Ressourcen ausgeben, um diesen Stufe 4 Zauber wegzuschicken und einen anderen herzukriegen. Und irgendwann kommt dann das Stadtportal, ich glaube, bei Horn of the Abyss ist es so, dass es nach drei Fehlversuchen auf jeden Fall kommt, damit ihr überhaupt eine Chance habt, das zu bekommen. Diese Ressourcen sind aber gerade auf Vor- und Schwierigkeitsstufen natürlich extrem heuer. So, nebenbei ist das nicht mal die einzige Anforderung, die ihr dafür haben müsst. Ihr müsst auch mit eurem Helden in der Lage sein, diesen Zauber überhaupt zu wirken. Gucken wir uns zum Beispiel mal hier unseren Dury an. Der Dury, der kann das wirken. Der kann das Taunportal, viertes Level, wirken. Warum? Ja, weil Dury, erstens, wenn wir mal hier reinschauen, Expert Wisdom hat. Ihr müsst Experten Weisheit haben und überhaupt den fünften Grad, gut, ihr müsst den Advanced Wisdom haben, um jetzt Stadtportal zu lernen, aber ihr müsst zumindest Wisdom, also Weisheit, deutlich gelevelt haben, überhaupt eine Chance haben, diesen Zauber zu benutzen. Und selbst dann ist der Zauber noch immer nur eingeschränkt nützlich, denn dann werdet ihr einfach nur in die nächste Stadt teleportiert, die ihr irgendwo finden könnt. Und das hilft bei so einem Map, wenn ihr jetzt bei mir mal guckt, nicht wirklich, wenn ihr schon sieben Städte habt und noch immer gegen drei KI-Gegner kämpft, die nochmal so sieben Städte haben, dann bringt das einfach nichts. Dafür braucht ihr dann, um das wirklich nützlich zu machen, noch Experten Erdmagie. Das heißt, ohne Erdmagie könnt ihr euch nicht überinterpretieren, wo ihr wollt. Das müsst ihr erst mal freischalten. Wenn ihr das dann freigeschaltet habt, dann bekommt ihr hier tatsächlich eine Liste mit den verschiedenen Orten und dann könnt ihr euch auch wirklich da jeweils hin teleportieren. Das ist nur möglich, wenn ihr das wirklich gemacht habt mit der Erdmagie, mit der Weisheit und mit der Forschung im Magieturm. Deswegen ist das, glaube ich, vielen einfach nicht bekannt. Und ihr seht, es ist noch ein letzter Punkt. Ihr müsst immer 200 Bewegungspunkte übrig haben, um das zu wirken. Das geht ganz gut. Man kann sich also mehrmals pro Hunde auch bewegen, aber eben nicht unendlich. Das solltet ihr auch niemals vergessen. Für den zweiten Tipp gehen wir einfach mal in einen exemplarischen Kampf. Dieser Kampf ist natürlich lächerlich einfach für unsere Armee. Darum geht es aber hier nicht. Es geht um den Fakt, den ich auch schon mal im guten Startvideo erwähnt habe. Geschwindigkeit ist extrem mächtig. Ihr seht jetzt, wir haben hier unser Quattle. Das sind neue Einheiten von Horn of the Abyss und aus der Factory-Fraktion, die ihr als elfte Fraktion freigeschaltet haben solltet, wenn ihr den Mod benutzt. Wir starten einfach mal den Kampf und ihr seht direkt, was schon der Riesenvorteil von Geschwindigkeit ist. Erstens, wir kommen natürlich früher dran, was uns ein Riesenvorteil gibt. Komme ich sofort zu. Zweitens, ihr könnt sehen, unser Quattle, der eine Geschwindigkeit mit 15 bzw. 16 durch unseren Helden gebufft hat, eine unglaubliche Reichweite über die Map hat. Wir können also einfach von hier bis zum Skelett fliegen und es direkt angreifen, wenn wir das möchten. Das ist aber nicht der Punkt. Den Punkt zeige ich euch jetzt. Erstmal könnt ihr natürlich, wenn ihr schneller dran seid, und das ist wichtiger für Heldenkämpfe als jetzt für so ein random Stack, könnt ihr auch schneller Zauber wirken. Zauber können euch natürlich einen unglaublichen Vorteil bringen. Das bringt zum Beispiel den Vorteil, und das ist das zweite Punkt für Geschwindigkeit, den Zauber slow, also verlangsamen, anzuwenden. Habt ihr, wie ich eben erwähnt hatte, die Erdmagie auch wieder auf hoher Stufe, werden tatsächlich alle Einheiten des Gegners verlangsamt. Und das ist eben sehr, sehr, sehr gut. Ihr seht auch, die Spellpower erhöht natürlich dann auch die Wirkung, was natürlich auch genial ist. Und wenn ihr das zuerst anwenden könnt, könnt ihr mit euren eh schon sehr schnell Einheiten wesentlich besser im Kampf agieren und den Helden davon abhalten, irgendwelche Fähigkeiten zu nutzen. Außerdem könnt ihr natürlich auch, wenn ihr sagt, ich will keinen Slow benutzen, irgendwelche anderen Fähigkeiten benutzen, wie Implosion, wodurch ihr extrem viel Schaden macht und zum Beispiel hier das gesamte Stack töten würdet. Das heißt, bevor der Gegner agieren kann, könnt ihr schon massiv viel Schaden anrichten. Und das kommt nur daher, weil ihr eine schnellere Einheit habt. Das heißt, ihr sollt versuchen, schnell Einheiten zu haben. Bei so neutralen Kämpfen ist es eher deswegen wichtig, weil wir jetzt zum Beispiel sehen können, okay, das Sklett kann sich ja in dieser Bewegung, also kann sich sofort bewegen. Wenn wir jetzt Slow benutzen, dann gehen wir nochmal hier zurück, sehen wir, dass sie deutlich weniger Bewegung hat. Vorher konnte das Sklett sich bis zum Rand der Karte bewegen, jetzt nur noch drei Felder. Extrem gut also. Ihr könnt ja auch immer einsehen, was für eine Geschwindigkeit das Sklett gehabt hätte. Es hätte fünf Geschwindigkeiten gehabt. Durch meinen Dury, also meinen Helden, kriegen wir es hin, dass es nur noch drei Geschwindigkeiten hat. Das ist natürlich ein extremer Vorteil. Denn jetzt könnt ihr mit schnellen Einheiten gegen verlangsamte oder eh schon langsame Einheiten natürlich einen massiven Vorteil enthalten. Ihr könnt jetzt diese Einheit für immer hin und her kiten, wie ihr lustig seid. Diese Einheit wird nie wieder an euch herankommen, wenn ihr geschickt seid. Und das sollte man auch nutzen, um gerade stärkere Stacks am Anfang zu überwinden. Deswegen versuchen wir, und das ist wichtig, um euch das mal zu erklären, verschiedene Einheiten zu bekommen, die sehr schnell sind. Das wären Wyvern von der Fortress-Fraktion, also dieser Sumpf-Fraktion, sage ich jetzt mal. Das wären hier diese Quattle von der Factory-Fraktion, die Firebirds und die Phönix von der Elemental-Fraktion. Dann die Engel, die man auch sehr gerne spielen kann mit Castle. Extrem starke Einheiten, die Erzengel noch stärker und noch schneller. Und so weiter und so fort. Und ihr könnt diese Sachen recht gut auch sammeln. Da kommen wir beim nächsten Tipp zu. Aber mit dieser Geschwindigkeit und diesem Verlangsamen könnt ihr nie wieder eingeholt werden von diesem Skelett. Ihr könnt jetzt machen, dieses Skelett kann jetzt machen, was es will. Es kommt nicht mehr an euch heran. Das Wichtige ist auch dabei, dass diese Einheiten natürlich abgelenkt werden wollen. Das hatte ich auch schon mal in meinem guten Start-Video erklärt. Und diese Ablenkung führt dazu, dass eure Fernkäufe von hinten drauf schießen können, wenn das Skelett hier von oben nach unten läuft und halt die KI nicht wirklich versteht, dass sie hier keine Chance hat, jemals aufzuholen. Problem ist natürlich, die KI weiß das auch. Das heißt, diese KI nutzt natürlich auch diese Stärke aus und weiß, schnelle Einheiten sind halt tatsächlich extrem mächtig. Das heißt, die werden natürlich auch schnelle Einheiten bauen und versuchen, genau diesen Trick bei euch zu verwenden. Aber zumindest wisst ihr jetzt, dass es essentiell ist, mit Geschwindigkeitsmodifikatoren, mit Geschwindigkeitseinheiten und mit Geschwindigkeitszaubern zu arbeiten. Denn das macht euch so einen großen Vorteil und viel besser in dem Spiel. Ich fand das gerade bei professionellen Spielern extrem beeindruckend, wie die damit umgegangen sind. Beim dritten Tipp gehen wir einfach mal auf diesen Bildschirm, den ich hier gewählt habe, um euch etwas zu zeigen. Und zwar geht es um Dungeons, die ich ja auch schon in meinem Ein guter Start-Video erklärt habe, beziehungsweise als recht wichtig hervorgehoben habe. Da ging es aber eher um Ressourcen. Wenn ihr aber ein bisschen mehr drin seid und wisst, okay, welche Dungeon bietet mir was, dann wisst ihr, dass diese Wolf Raider Pickets und die Griffin Conservatories, also einfach Greifen und Wolf Raider, die ihr immer als Gegner bekommen werdet, euch sehr viel bieten können. Denn was kriegt ihr da raus? Ihr kriegt, bezogen auf die Geschwindigkeit aus den Griffin, also den Greifenhorsten hier, kriegt ihr Engel. Okay, diese, je nach Stärke, geben euch dann eben wirklich Zugang zu der höchsten Einheit der Castle-Fraktion, was natürlich mit Castle-Fraktion schon extrem krank ist, weil ihr die upgraden könnt und deutlich in eurer Armee aufnehmen könnt. Generell ist aber für jede Fraktion diese Fähigkeit, hier an Engel zu bekommen, gigantisch. Es gibt verschiedene Stärken, die ihr da beachten müsst. Also es gibt wenig Greifen, die euch angreifen, bis zu extrem vielen. Natürlich ist klar, am Anfang könnt ihr nicht unendlich davon bekommen, ihr müsst vor allem die Einfangkämpfe wählen, aber selbst wenn ihr Verluste erleidet und dadurch ein, zwei Engel bekommt, ist es meistens das Risiko wert, wenn ihr vor allen Dingen auch die Fähigkeiten oder die Tipps benutzt, die wir schon in dem guten Start-Video oder eben und die noch kommen werden, beachtet. Dann im Wolf Raider Picket bekommt ihr Cyclopen, auch extrem wichtig. Und hier oben sehen wir direkt das dritte, Dragonfly Hive. Hier kämpft ihr gegen Dragonflies, extrem schnelle Einheiten, ziemlich nervig. Aber wenn ihr die besiegen könnt, kriegt ihr Wyvern, die, wie ich ja eben auch schon mal sagte, ziemlich, ziemlich schnell sind. Das heißt, ihr bekommt schon hier zwei von den dreien, die wir sehen, extrem schnelle Einheiten. Mit Cyclopen extrem starke Fernkämpfer. Das ist ein Trend, der sich durch diese Dungeons hindurchzieht. Ihr seht, auf einem Bildschirm seht ihr auch schon drei von diesen Greifendingern. Das heißt, ihr könnt potenziell hier vielleicht drei beziehungsweise sechs Engel bekommen. Es gibt, glaube ich, sogar noch eine Stufe höher. Die ist aber realistisch gesehen sehr spät erreichbar. Da könntet ihr auch drei Engel bekommen. Viele professionelle Spiele, die spielen dann aber eben nicht auf, ich habe keine Ressourcen, sondern die haben schon einen gewissen Anfangsgehalt, gehen relativ schnell in der ersten Woche auf diese Greifen-Geschichte hier und gucken, dass sie Engel bekommen und hauen eigentlich nur noch mit diesem Engels-Deck durch die Gegend und packen alle anderen Einheiten in die Stadt zurück, sodass sie Engel eigentlich fast jeden Standardkampf, in Anführungszeichen, sehr schnell überwinden können. Das ist eine sehr coole Sache. Ihr habt eine extrem schnelle Einheit. Das heißt, ihr könnt dann Checkbox für den letzten Tipp machen und habt auch eben extrem starke Einheiten, die euch eigentlich das Early-Game komplett dominieren lassen, schwere Kämpfe auch kiten lassen und damit eigentlich keine Chance, noch großartig zurückzufallen. Ich sage aber, bevor ich den Tipp beende, es ist natürlich eine große, große Hürde, diese Griffins richtig zu töten, denn ihr müsst die Positionierung in eurer Armee hier richtig drauf haben. Selbst da bin ich auch bei weitem kein guter Spieler bei. Ihr müsst wissen, wo kommt jetzt welcher Greif. Ihr müsst also einfach mal ein bisschen laden, speichern und probieren und gucken, ob ihr das dann auch gebacken bekommt, diese Greifen zu töten und dann eure Engel, die ihr dann super nutzen könnt, herauszuholen. So, das waren jetzt die größten Tipps. Jetzt gehen wir mal zum ganz, ganz Basic-Tipp über und zwar Einheitenmauer oder Fleischmauern bauen. Wir haben jetzt hier oben unseren Halbling. Ihr seht, die Armee gegen uns ist verdammt riesig. Das kann ich schon mal sagen, ist wirklich, wirklich hart. Wir haben aber im guten Start-Video gelernt, okay, wir lassen dann auch ein bisschen kalten, jetzt zum Beispiel vor diesen Engineers hier unten und wir bauen um unsere Halblinge, die ja unser Fernkampfpotenzial darstellen, einfach eine schöne Mauer auf, die die verteidigt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die auf jeden Fall schön verteidigt lassen. Denn wir wollen nicht, dass die sterben. Dann können wir zum Beispiel die Engineers hier als Bait abgeben und setzen hier alles vor unsere Hobbits. Das ist jetzt nicht, weil die Hobbits nicht super stark sind, das Allermächtigste, was man machen kann, aber es ist natürlich schon eine durchaus interessante Geschichte. Währenddessen könnt ihr natürlich dann so ein bisschen hin und her zaubern, wie ihr wollt. Das ist alles kein Problem. Aber ihr wollt halt vor allen Dingen eure Fernkämpfeanheit mit so einer richtig schönen Fleischmauer umgeben. Das ist natürlich nur sinnvoll. Ihr seht aber, wie viel Schaden unsere Hobbits machen. Aber es ist natürlich nur sinnvoll, wenn ihr halt wirklich gegen Nahkämpfer kämpft. Das ist also vor allen Dingen neutrale Armeen sinnvoll. Das kann ich schon mal sagen. Es ist nicht sinnvoll gegen Armeen, die viele Fernkämpfer haben. Da bringt das halt nichts. Da müsst ihr in sauren Apfel beißen. Da habe ich aber auch schon was zu gesagt. Im guten Startvideo kämpft nach Möglichkeiten nur im letzten Mittel gegen wirklich Fernkampfeinheiten. Denn die hauen euch sonst einfach aus dem Leben. Und das wollt ihr halt vermeiden. Deswegen tut das halt nicht. Kämpft am Anfang nur gegen die Nahkämpfer. Und vor allem natürlich am besten nicht wie diese Würmer hier. Die sind brutal stark, auch von der Factory-Fraktion. Die sind nämlich sehr schnell auch. Vor allem also gegen langsame Einheiten. Wichtig ist aber, ihr habt eure Goblins, ach Goblins, eure Halflings, also Halblinge hier mit 306 Leuten. Und die sind auch immer nicht berührt worden. Selbst wenn ich jetzt sage, okay, mein Engel stirbt halt schon ziemlich jetzt. Das ist aber rein jetzt einfach mal zum zeigen. Wir haben einfach eine richtig schöne Fleischwand hier gemacht. Dass unsere Fernkämpfer niemals in Gefahr sind, wirklich Damage zu kriegen. Das heißt, alles andere kann halt da in dem Prinzip sterben. Das ist natürlich Kacke. Aber es ist halt genau deren Sinn. Die müssen sterben. Das ist deren Aufgabe. Nichts anderes. Ja, also in der Zeigweise, wie ich es euch mache. Ihr wollt dann am Anfang natürlich bei kleineren Stacks, nicht so riesige Stacks wie diese Würmer jetzt hier, das so aufbauen, dass ihr wirklich eure einzelnen Einheiten, die ihr ja gesplittet habt, so wie ich es auch in diese größeren Stacks hingesetzt hatte, dann so splittet, dass ihr die ja wirklich um die Fernkamp-Einheiten eine richtig schöne Fleischmauer baut und damit halt möglichst auch schwere Kämpfe gewinnt. Während ihr natürlich unten mit anderen einzelnen Einheiten, so wie ich es jetzt eben hatte mit dem großen Stack, dann weiterhin kitet und die Einheiten ablenkt und so eure Verluste zu minimieren. Die Würmer sind nicht das beste Beispiel, weil die tunneln können. Das heißt, die können sich sehr schnell bewegen und umgehen auch alle Hindernisse und sowas. Aber gerade gegen langsame Einheiten ist dieser Tipp halt absolut ein Muss. Das geht gar nicht anders, das zu spielen. Also deswegen nehmt diesen Tipp auf jeden Fall mit. Wir killen nochmal schnell hier die Einheiten, damit ihr auch sehen könnt, natürlich klappt das auch. Hier seht ihr natürlich extreme Verluste, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die Engel werden aber jetzt bei Factory nicht so wichtig. Wenn ihr sagt, das ist ein extrem wichtiger Kampf für mich gewesen, dann habt ihr da halt Engel verloren. Okay, haben wir aus dem, was ich eben erklärt hatte, aus diesen Greifenhorsten oder Konservatories, also Bewahrungsstätten für diese Engel herausgeholt und wir haben die Engineers benutzt, die ich sowieso gerade gar nicht in meiner Armee habe. Das heißt, ihr habt mit irgendeiner gammeligen Nebenarmee, die ist wirklich halt extrem gammelig, ihr seht, wie ihr jetzt auflevelt, einfach mal etwas tatsächlich sehr Gutes gemacht, was vielleicht irgendwie einen wichtigen strategischen Punkt darstellt. Ein extrem mächtiger Gegenstand oder halt einen KI-Gegner besiegt. Nur nochmal, das funktioniert nur gegen Nahkampfeinheiten, aber nutzt diese Fleischmauer aus, wie ich sie jetzt nenne, denn die gibt euch einen riesen Vorteil. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem absoluten Grundlagentipp, der aber nicht ganz so gut vom Spiel transportiert wird, deswegen gebe ich ihn einfach als fünften Tipp dazu, denn auch das hätte ich gerne vorm Spielen gewusst. Ja, welche Hotkeys haben wir eigentlich? Ja, hört sich banal an, aber ist essentiell, um einfach Zeit und Nerven zu sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Dury angewählt habe und diesen Helden wählen will, dann drücke ich einmal drauf. Das ist kein Problem. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, die sind auf einem Bildschirm, dann müsste ich jetzt erstmal hier rumgehen, hätte den aber jetzt angewählt und würde jetzt zum Beispiel einen zweiten Helden, der jetzt hier der Dury wäre, anwählen. Dann klicke ich drauf, nee, dann bewegt er sich ja erstmal. Was heißt, hier wäre schon mal der erste Hotkey, Shift-Klick und dann seid ihr direkt wieder bei eurem Dury. Selbe wie hier wieder, Shift-Klick. Ganz einfache Geschichte, aber essentiell, um Nerven zu sparen. Dann habt ihr natürlich noch mehr Hotkeys. Ihr habt den ersten Hotkey, das zeige ich euch einmal hier, indem wir mal ein paar von diesen Einheiten rausnehmen. Das ist auch schon mal einen guten Start, glaube ich mal erwähnt worden, aber ich sage es nochmal hier, mit STRG-Klick, dann fährt ihr eine Einheit, mit Klick und, ja gut, das ist klar, das ist kein Hotkey. Und mit Shift-Klick könnt ihr die Hälfte der Einheit, beziehungsweise des Decks, halt voneinander trennen. Auch das sind essentielle Tipps, die ihr unbedingt braucht. Die sind natürlich absolut banal, aber extrem wichtig. Dann gehen wir wieder zu unserer Lieblings-Skelet-Armee. Ja, wir wollen die natürlich bekämpfen. Und was können wir noch machen? Und zwar, wenn ihr jetzt warten wollt, ein wichtiges Warten und Verteidigen sind zwei verschiedene Dinge. Vielleicht ist das auch noch ein Tipp, wenn ihr das noch nicht wusstet. Wenn ihr wartet, dann verzögert ihr auch einen Zug um eine gewisse Chance. Da bin ich jetzt auch nicht der Profi, sondern ich denke mal, ihr nutzt einfach die Initiative nicht, sondern gebt die ab. Das heißt, diese eine, weil sie langsam ist, muss sich zuerst bewegen, bevor ihr wieder drankommt. Das gibt es in Heroes of Might and Magic, was nochmal betont, wie stark schnelle Einheiten sind, weil ihr könnt jetzt einfach warten drücken. Jetzt können wir natürlich unten drauf drücken. Das ist kein Problem, wenn ihr wisst, ihr müsst alles warten lassen, ginge das auch. Aber ihr könnt auch einfach hier bleiben und W drücken. W heißt einfach warten, also wait. Könnt ihr euch ja vorstellen, jetzt drücke ich für jedes einmal W und dann bewegt sich das Skelett. Das muss sich nach vorne bewegen und das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Wenn ihr jetzt verteidigen wollt, also eure Runde überspringen wollt, was zum Beispiel bei dieser Hobbit hier relativ sinnvoll ist, weil die extrem lahm ist und auch jetzt nicht so viel kann, außer tanken, dann drückt ihr Leertaste. Leertaste überspringt einfach hinzu. Der Unterschied zwischen überspringen und warten ist aber essentiell, denn warten heißt, ich komme nochmal dran, weil überspringen heißt, nee, ist vorbei. Der Zug existiert nicht mehr. Deswegen müsst ihr da ganz, ganz klar aufpassen. Natürlich kriegt ihr durch Verteidigung halt auch wiederum etwas Verteidigung dazu. Ergibt ja Sinn, deswegen heißt das Ganze auch Verteidigung. Das ist jetzt einmal ganz nett, dann denkt ihr ja, warum, das sieht mich das weh drücken, aber ihr macht diese Kämpfe auf hoher Schwierigkeitsstufe oder generell in Kampagnen oder wenn ihr einfach ein bisschen mit Maxing betreiben wollt, wie auch immer ein bisschen eure Armee konservieren wollt, macht ihr das pro Spiel locker hunderte Male. Das heißt, ihr werdet diese Hotkeys lieben lernen. Gerade am Anfang, wenn ihr die ersten verschiedenen Gegner besiegen wollt und eure ersten Dungeons kaputt machen wollt, müsst ihr diese Keys so oft hämmern, weil der automatische Kampf euch meistens nicht so gute Ergebnisse gibt. Das heißt, ihr werdet diese Keys hämmern müssen. Sonst schickt die KI diese Vögel einfach nach vorne und dann kriegen die auf die Mütze und ihr verliert Einheit nach Einheit nach Einheit und das müsst ihr vermeiden, wenn ihr einen anständigen Start haben wollt. Vor allem eben auf hoher Schwierigkeitsstufe oder wenn ihr einfach ehrgeizig seid. Dann gibt es noch ein paar Hotkeys, die sind jetzt nicht ganz so spektakulär, kann man aber auch nutzen und eben erendet ihr die Runde. Da könnt ihr sagen, ich will die einfach beenden, kriegt dieses Prompt, von wegen ihr könnt auch Helden bewegen, könnt die Runde beenden, speichern, geht unter S drücken, S öffnet sofort das Menü. Für die ganz entspannten Spieler und euch, die gar keinen Ehrgeiz haben, könnt ihr die Fighters benutzen, um eure Helden zu bewegen. Tut das bitte niemals auf höheren Schwierigkeitsstufen. Das ist eher so, wenn ich sage, ich habe keinen Bock die Maus zu benutzen, dann könnt ihr eure Einheiten, also eure Helden hier auch einfach so benutzen. Ihr seht aber, natürlich verbrauche ich damit Bewegungspunkte. Ihr seht dann, nachdem die aufgebaut sind, auch endlich mal ein Pfeil, wo ihr überhaupt hingeht und das könnt ihr auch gerne nutzen, ist aber natürlich nicht ganz so sinnvoll wie gewisse andere Dinge. Dann natürlich daran denken, dass ihr hier die Leiste mal habt rechts, auch das ist ganz wichtig, wenn ihr mehrere Städte habt, dass ihr hier gemütlich durchklicken könnt. Da können sich manche modernen Spiele wirklich absolut eine Scheibe abschneiden. Ja, ich gucke auf Civilization zum Beispiel, wo ich es viel umständlicher finde, mit einem Hotkey, statt einfach so eine schöne Leiste wie hier. Das ist richtig angenehm geregelt. Das sollte man auch nutzen. Dann seht ihr hier auch noch, wie rekrutiere ich? Ich kann einfach sagen, jo, ich klicke hier drauf. Dann muss ich aber diesen blöden Bildschirm mehr sehen. Ich kann aber einfach STRG drücken und klicken und schon wird alles rekrutiert, was mein finanzieller Hintergrund hergibt. Es fängt immer beim Stärksten an und hört es beim Schwächsten aus. Und ihr seht, alt könntet ihr auch nicht upgrade Einheiten nehmen. Würde ich nur im absoluten Sonderfall mir überlegen, aber auch das ist ein extrem wichtiger. Auch Hotkey nutzt sowas, denn das sind Dinge, die eure Lebenszeit sparen, die euch Nerven sparen. Ich weiß, als ich die nicht wusste und deswegen sage ich euch das ja, da bin ich wirklich manchmal einfach richtig abgefuckt gewesen. Hab dann gesagt, nee, ich spiele dieses Spiel jetzt nicht mehr. Das macht mich fertig. Schon dann dieses von Helden zu Helden wechseln. Natürlich könnt ihr das so machen, aber man ist halt einfach ein bisschen dumm manchmal. Und da war es mir halt ganz wichtig herauszufinden, wie schaffe ich es von einem Bildschirm zum anderen, also auf einem Bildschirm zum anderen Helden zu klicken. Wie geht das? Warum kann ich ihn nicht einfach anklicken? Ja, Shift-Klick ist halt die Lösung. Von daher nimmt diesen Tipp gern auch mit. Ja, und das wären jetzt einfach mal fünf Tipps, die ich euch mitgeben will, um euer Spiel vielleicht ein bisschen zu verbessern. Vor allem Tipps, die ich auch gerne vor dem Spiel gewusst hätte. Als ich da manche Pros irgendwie bei YouTube mal angesehen habe und gesehen habe, was sie da einfach reißen mit diesen relativ einfachen Tipps, wenn man sie jetzt so hört, ist wirklich unglaublich. Und auch als sie da mit den Hotkeys durch die Gegend gefegt sind, das war schon recht beeindruckend. Aber lassen wir es einfach mal. Was sagt ihr denn? Was sind eure Tipps? Was sagt ihr, muss man bei Heroes of Might & Magic noch beachten? Jetzt mal ganz unabhängig von Fraktionen und so weiter, sondern generelle Tipps, was sind noch gute, wichtige Dinge, die jeder Spieler mitnehmen sollte, der sich vielleicht da herantraut, auch an so ein uraltes Spiel und das vielleicht auch meistern er will. Ansonsten, wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst, was das zu tun habt und wenn ihr weitere Tutorials von irgendwelchen anderen Spielen braucht, guckt auf meinen Kanal, da findet ihr alles. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein.